Das Silbernetzwerk ist eine Online-Plattform, in der sich die Generation 50+, denn extra für die ist die Plattform entwickelt worden, austauschen kann. Das fängt damit an, dass jemand ein eigenes Profil erstellen kann, er hat ein eigenes Gästebuch, er kann anderen Usern, also anderen Mitgliedern in diesem Netzwerk Nachrichten schicken, man kann sich austauschen, man kann Artikel schreiben, es gibt Foren, es gibt zum Beispiel neuerdings auch die Funktion eines Preisvergleichs, das heißt, ich habe die Möglichkeit, speziell Produkte im Internet zu suchen, den günstigsten Preis zu finden, es gibt einen Marktplatz, es gibt Fotogalerien, wo ich alle möglichen Fotos, die ich selbst gemacht habe, einstellen kann. Und den Usern zur Verfügung stellen kann, also letztendlich mich präsentieren kann. Grundsätzlich ist das Silbernetzwerk also ein soziales Netzwerk, in dem es primär darum geht, dass die Generation 50+, und da gibt es ja mittlerweile viele Bezeichnungen, Best-Ager oder Silversurfer, wie sie auch immer genannt werden, aber dass sie wirklich eine Anlaufstelle haben im Internet, wo sie sich wohlfühlen können. Also da müsste man eigentlich da mal gucken, ob man hier vor Ort einen Kooperationspartner findet, das finde ich gerade eigentlich den allerwichtigsten Punkt. Der Claim, der von uns entwickelt worden ist, mein Zuhause im Internet, der gilt letztendlich auch für die Generation 50+, denn es ist wirklich eine Anlaufstelle im Internet, wo man sich wirklich zu Hause fühlen kann, denn viele Plattformen erfüllen das letztendlich nicht. Dann, wenn wir das rausgekriegt haben, da würde ich eben sagen, dass du vielleicht mal eine kleine Liste machst, was denkst du, ich nochmal drüber gucke und wir das dann irgendwie in Absprache abhandeln, indem wir vielleicht mal anrufen oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer. HSM Media ist eine Agentur aus Hamburg, eine relativ junge Agentur, das heißt die Mitarbeiter sind zwischen 20 und 40 und wir haben uns letztendlich schon stark in dem Bereich im Online, Internet spezialisiert und haben uns dafür dann letztendlich überlegt, weil wir auch viele eigene Projekte vorantreiben, was man eventuell im Internet für die Generation 50+, also letztendlich die Generation, die im Internet bisher noch nicht wirklich gut bedient ist, machen kann. Die Entwicklung vom Silbernetzwerk hat gut von der Ideenfindung bis dann wirklich zur Online-Stellung ein gutes Dreivierteljahr gedauert. Dabei fing letztendlich erstmal die Grundidee an, konzeptionell, wie soll die Plattform aussehen, wie soll der Name sein, wie soll das Logo aussehen, bis hin dann eben zu den ganzen Funktionen, die Programmierung, das Design, also ein gutes Dreivierteljahr, bis das System online gegangen ist. Dann ist das System online gegangen, erstmal in einer Beta-Phase, so nennt sich das Ganze, wenn man das erstmal testet und aus dieser Beta-Phase werden wir voraussichtlich jetzt nach einem Jahr rausgehen und werden dann wirklich das komplette System so da schon haben, wie wir es gerne haben wollen. Da gibt es auch schon edle, so eine Elbe oder sowas zum Beispiel. HSM Media ist eine Hamburger Agentur, von daher haben wir uns beim Online-Gang des Silbernetzwerks überlegt, wie wir im Marketing beginnen und da haben wir gesagt, es wäre eigentlich schon relativ sinnvoll, das eben auch in Hamburg zu tun und eine Zellenbildung zu entwickeln. Bedeutet, dass man hier in Hamburg ansetzt und sagt, man guckt erstmal im Umkreis, dass sich hier eine gewisse Userzahl erstmal formiert. Da ist der grundsätzliche Ansatz gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen ein Hamburg-Special im Silbernetzwerk und durch einen glücklichen Umstand, dass wir Carlo von Tiedemann auch kennen und ihm das Silbernetzwerk vorgestellt haben, konnten wir Carlo von Tiedemann dafür gewinnen, dass er sozusagen der Kopf- und der Schirmherr des Hamburg-Specials ist. Das Hamburg-Special stellt letztendlich Unternehmen, Vereine, Institutionen vor aus Hamburg, die sich im Großen und Ganzen mit dem Thema 50 plus beschäftigen, entweder Produkte anbieten oder einen Service anbieten und letztendlich ist das Hamburg-Special da, um die Facetten, die wir hier in Hamburg haben, nämlich zum Thema 50 plus zu präsentieren. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass Carlo von Tiedemann sich sowohl bereitgestellt hat, als Schirmherr zu agieren, als auch eben ein Mitglied im Silbernetzwerk zu sein und sich dort eben auch zu präsentieren. Carlo von Tiedemann hat sich das Silbernetzwerk angeguckt und gesagt, dass er findet, dass das wirklich etwas ist, was man auch unterstützenswert finden kann und hat von daher gesagt, er ist an einer Altsammerarbeit interessiert und hat sich mit dem Thema Internet selber zwar schon auseinandergesetzt, aber für ihn ist es auch durch das Silbernetzwerk zu einem echten Anreiz geworden, das Thema Internet für sich noch mehr zu entdecken. Und letztendlich ist das irgendwo auch, das Silbernetzwerk soll letztendlich auch ein Punkt sein, wo die Generation 50 plus das Internet für sich vielleicht nochmal neu entdecken kann oder vielleicht das erste Mal richtig entdeckt, weil bisher sich viele Personen aus der Generation 50 plus im Internet noch nicht so richtig zurechtfinden. Und deswegen geht es schon darum, dass das Silbernetzwerk wirklich so eine Heimat, eine Homebase sein kann für die Generation 50 plus. Wenn wir es im Februar machen, weil März ist ja auch noch absolut ausgerechnet. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir in der KW8 starten. Also wir als Silbernetzwerk-Team sind natürlich sehr erstaunt, aber gleichzeitig auch sehr froh darüber, dass das Feedback der User im Silbernetzwerk doch sehr, sehr positiv ist. Und zum einen ist es mit Sicherheit so, dass ein Portal ist, im Gegensatz zu ein paar anderen, die im Internet auch vertreten sind, das komplett kostenfrei ist. Damit kann letztendlich jeder aus der Generation 50 plus dieses Portal benutzen. Und das Feedback ist grundsätzlich sehr, sehr positiv. Uns wird mitgeteilt, dass man froh ist, dass man endlich ein Portal mit dem Silbernetzwerk gefunden hat, wo man sich auch auf einer etwas höheren Ebene austauschen kann. Denn im Silbernetzwerk geht es nicht nur primär darum, den Lebenspartner zu finden, sondern es geht eben auch darum, sich über viele, viele Themen auszutauschen. Und das ist etwas, was im Silbernetzwerk adäquat stattfindet. Und die User darüber eben auch sehr, sehr froh sind, endlich sozusagen einen Heimathafen im Internet gefunden zu haben. Und der Kooperationspartner wird sich sicherlich auch bringen. Und wenn wir jetzt ein bisschen kommunizieren, wird es in den anderen Plattformen sich auch schnell rumsprechen. Das ist irgendwie auch klar. Also es ist natürlich so, dass wir, also ich, Dennis Höltke und Nils Struwe, die Geschäftsführer von HSM Media, als auch Mitarbeiter, Eltern genau im Segment 50 plus haben. Und das waren auch die Ersten, die sozusagen das System getestet haben, die sich mal angeguckt haben und gesagt haben, finden wir das System gut, macht es Spaß da drin, Forenbeiträge zu schreiben, macht es Spaß, Artikel zu schreiben. Finde ich mich hier überhaupt zurecht? Und das ist sicherlich ein Ansatz gewesen, dass wir gesagt haben, Mensch, gerade unsere Eltern können uns sicherlich auch ein relativ klares Feedback darauf geben, ob es eben passt für die Zielgruppe 50 plus oder eben nicht. Und unsere Eltern sind nach wie vor Mitglieder des Silbernetzwerks und freuen sich, glaube ich, und sind auch relativ aktiv. Natürlich ist es so, dass im Internet viel Schindluder getrieben wird. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also, dass es immer wieder zu Problemen kommt, das ist unvermeidbar. Wir mit dem Silbernetzwerk haben natürlich höchstmöglichen Wert darauf gelegt, dass eine höchstmögliche Sicherheit auch für die User da ist. Das heißt, das Thema Fake-Profile oder Spam ist sicherlich ein Thema, mit dem sich das technische Team tagtäglich beschäftigt. Wir als Betreiber vom Silbernetzwerk achten sehr, sehr stark darauf, dass Fake-Profile und eben auch Spam-Profile, die dann nachher irgendwelche Nachrichten auf Englisch schreiben, alles schon erlebt, möglichst zügig aus dem Silbernetzwerk entfernt werden. Denn wir haben letztendlich kein Interesse daran, dass sich dort Menschen oder Maschinen anmelden, die versuchen, letztendlich das Silbernetzwerk zu stören oder User nervös zu machen. Das ist etwas, worauf wir doch sehr, sehr stark Wert legen, dass da keine Probleme entstehen. Genau, White-Label-Lösung muss geklärt werden und die adäquate Location. Ja, also eine sehr spannende Aktion, die wir jetzt in Hamburg, also nochmal sozusagen im Zusammenhang mit dem Hamburg-Special, dann wird das Hamburg-Special auch abgeschlossen, vorhaben, ist die Suche nach dem Hamburger Gesicht 2009. Wir suchen also aus der Generation 50 plus das Hamburger Gesicht 2009. Diese Aktion befindet sich aktuell in der Vorbereitung. Wir sind also kurz davor, auf unserer eigenen Plattform eine Voting-Funktion einzubauen, wo die User ihre Fotos hochladen können und sich letztendlich dann als Hamburger Gesicht 2009 bewerben können. Es gibt interessante Preise auch zu gewinnen für den Gewinner, sowohl Reise- als auch Sachpreise. Es wird ein professionelles Shooting dann geben und diese Person wird dann für ein Jahr lang das Gesicht des Silbernetzwerks auch werden. Also er wird sozusagen auf dem Titel des Silbernetzwerks zu sehen sein. Gleichzeitig ist es eine Aktion, die wir in Zusammenarbeit mit Seniorenland.com durchführen. Das ist ein Online-Shop, speziell auch für die Zielgruppe 50 plus. Musik Musik Musik